Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Scribbl Notes Unlimited. Ja, wir befinden uns in dieser neuen Welt hier. Ich will mal was ausprobieren. Unser Jetpack von letztes Mal. Ha, es geht. Pff, wer braucht denn die Flügel? Das könnte man wahrscheinlich viel schneller einstellen. So, was hast du für Probleme? Ich würde unterhalten werden. Mögen wir doch einen Pinguin. Ja. Ich stelle ein Parkverbot. Ähm. Ja, das tust du. Äh. Keine Ahnung, was das werden sollte. Also kriegen wir es weg. Äh, steht nicht im Parkverbot. Lass ihn. Äh, hab ich's geschafft? Cool. Ja. War bestimmt so geplant. Stecke jemanden in die Telefonzelle, um einen Assistenten für mich zu machen. GT. Hm. Ähm. Nee. Dann haben wir einen Affen. Ja, jetzt. Dann haben wir eine Frau. Ahnung. Haken Affen konnte ich natürlich nicht nehmen. Interagieren. Moin. Karnevalsspiele. Jawohl. Eine kleine Nebenquest. Das finde ich auch immer cool bei dem Spiel. Also diese Nebenquests. Die Kim ist es ein Ort. Hilf etwas, um die Flaschen umzustoßen. Aber wir können... Ah, okay. Oh. Und verloren. Ha. Lol. Ich wollte probieren, was passiert. Okay. Okay. Ja. Nehmen wir doch mal einen Kopf. Pff. So. Werfen. Oh. Ne. Wow, ich wollte eigentlich einen Schrotflinte. Rotflinte. Sehr gut. Ja, super, hätte ich alles mit der Schrotflinte machen können. Jawoll, ein Stern, ein Stern, der meinen Namen trägt. Ein Star-Ride. Wo ist ja noch kurz? Irgendwann sehen nicht, Graffiti. Äh, tot. Tote. Ähm. Seife. So, ja, genau. Ach so. Ja, richtig, wenn Graffiti weg ist, dann sind da 100 Vögel direkt und, ja. Ey, dieses Spiel ist so fertig, ey. Brunnen für die Stadt. So, ein Objekt in die Schale, Dings werfen. Einen Computer. Wow. Jawoll. Okay. Mein Geld. So. Hart erarbeitet. Okay. Äh, hab ich doch gemacht eben. Ich will über das Meer reisen. Ja, dann nimm doch ein... Schreib mal ein Katamaran, so. Mit K, ne? Ja. Genau. Ein Caravan. Haben wir eben... Ja, hier, hast du was. Ach man, oh. Katamaran? Schreibt man das überhaupt so? Keine Ahnung. Ja, schreibt man hier. Das ist ein Katamaran, bitteschön. Viel Spaß damit. Vielleicht hab ich doch eben schon. Ne, nicht nochmal. Naja, tanzt mal schön weiter. Findet das voll cool, wie ich spiele, die Leute hier Spaß haben. Für nix quasi. Ne, ne, ne. Ich fang mal ganz links an. Im Westen. Ja, die Unterlinie. Oh Gott, hier gibt's wieder Troubles. Was hast du denn, Junge? Ich bin so hungrig und dieser Automat ist leer. Quatsch. Voll. Nimm Kürbis. Und noch ein... Ne, kein Händchen. Du kriegst von mir Steak. Äh, was ist das hier? Ah! So. Ja. Noch mehr? Ähm. Brot. Ähm. Kuchen. Ne Torte. Geld. Ah lol. Hab ich ihn jetzt glücklich gemacht? Hab ich schon so einen Stern bekommen, ja? Wie viel Hunger der Fettsäck hat. Ich konnte etwas Geld verdienen, wenn ich Fähigkeiten hätte. Du bist jetzt... Mus... ...kulös. ...kulös. Du bist stark. ...kulös. ...kulös. Du bist... ...du bist verdammt hübsch. ...kulös. ...kulös. Bringt auch nichts. Ähm. Vielleicht bist du auch einfach nur... ...sch... ...du bist vielleicht... ...dass aber schon gereicht. Vielleicht bist du einfach nur schlau. Da ist der Bess, klug Affiniiert Furcht. Los. Keine Ahnung. So. Hat das jetzt schon geklappt? Was willst du denn? Bettler. Ja, was kann man denn Bettler geben? Bettler, du bist. Ach, keine Ahnung. Ähm. Ähm. Ja, keine Ahnung. Sauber. Ja, das meine ich. What the fuck? Das hat jetzt funktioniert? Satzsüchtige. Meine Güte, was könnte er denn sein? Ähm. Vielleicht irgendwas mit Wirtschaft? Lol. Vielleicht hungrig. Nein. Vielleicht auch. Ähm. Mann, was kann denn jemand sein, dass er mehr Geld kriegt? Ähm. Musikalisch. Ja. Mit Edelstein geschmückt. What the fuck? Ähm. Musik. Mini. Das ist aus. Musik. 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 So, letzter Versuch, keine Ahnung, Reiz will er klauen. Verdienst du so Geld? Keine Ahnung. So, ich sollte besser die Pfützen aufwischen. Dann noch ein Besen. Ob er die kaputt hat. Starten. Die Zeile ist nicht gelesen. Fuck. Cheat Rock. Rockstar. Instrument. Kriegst du ein Schlagzeug. War das ein Rockstar? Ärgern wir ihn. Ein Flügel als krasser Rockstar. Hier. Bitteschön. Jawoll, jetzt bist du ein Rockstar ey. Dann kriegst du noch einen Akademiker. Ähm. Ja, nimm mal ruhig hier den Hochschulabschluss. Abschul. Ne? Und du kriegst noch ein Hippie. Und Friseur. Ja man. So. Opernsänger. Der passt perfekt in den Rockband. Ihr seid ne gute Band. Ausrüstung. Und noch Scheinwerfer. Windlicht. Ne. Äh. Vielleicht noch ne Gitarre. Na, warte mal. Bühne. Oh, ey, hier. Ihr kriegt noch was Die Garage Hier Nimm die Garage Ihr seid ne fucking Band Street Rock fertig Ja ich bin manchmal ein bisschen gestört Aber es ist etwas Also es ist nicht spät Es ist 21.40 Aber ich musste heute Morgen früh aufstehen Dadurch ist mein Gehirn so ein bisschen Im Energiesparmogels Du hast einen Stern Und weg Ose lacht doch noch Hey wo bin ich denn Ja da musste ich aber noch was holen Also meine Damen und Herren Tschüss und bis zum nächsten Mal Da sehen wir dann Teil 2 Der Haupt-SCHDT Dann machen wir dann diese Quest hier Okay tschüss und bis zum nächsten Mal Hau und so rein